Heute wollen wir mal schauen, wie weit so ein Handy strahlt. Hier liegt das Handy und wir sind hier in einem völlig strahlungsfreien Raum. Hier sehen Sie das Handy. Jetzt gehen wir langsam zurück und schauen, wie weit das strahlt. Hier haben wir schon 10 Meter Entfernung. Immer noch 0,3 Volt pro Meter. Über 20 Meter. 30 Meter. Bei 40 Meter fängt es an zu bessern. Messen kann man es immer noch. Jetzt sind wir etwa 50 Meter entfernt. Das haben sie direkt am Schädel. Und ihr Nachbar natürlich wird auch noch kräftig angestrahlt. Je näher am Kopf, umso schlimmer. Ausgeschaltet. Fertig. Ganze Umgebung. Wieder unbestrahlt. Und jetzt das Ganze bei ausgeschaltetem Handy. Sie sehen, die ganze Umgebung. Keine Belastung mehr. Keine Belastung mehr. 6,5 Meter. Das ist absolut undicht. Die Beine Belastung mehr. Die Beine Belastung. Die Beine Belastung. Die Beine Belastung mehr. Oder noch zusammeln. Wasroom.